Hey Leute, ich merke mich da von einem irgendwie ganz anderen Punkt. Ich bin hier gerade auf dem Schleppliff, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Auf jeden Fall, also, hier sind einfach so viele Berge, es ist einfach, oh Gott, ich liebe es hier, es ist so schön. Und ja, heute ist der zweite Tag, wo ich Skifahren gehe. Also insgesamt, glaube ich, fünfmal, wenn ich jetzt Skifahren bin, fünf verschiedene Tage oder vier verschiedene Tage. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich verstehe wegen dem Wind. Und auf jeden Fall ist es, ja, ich weiß auch nicht genau, heute ist der Schnee entweder nicht so gut oder ich fühle mich einfach nicht sicher auf den Skiern, weil ich bin heute einfach, weiß nicht. Ich fühle mich nicht so sicher, bin zweimal fast hingefallen und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. Ich fühle mich nicht so sicher, bin zweimal fast hingefallen und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. Ich fühle mich nicht so sicher, bin zweimal fast hingefallen und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. Ich fühle mich nicht so sicher, bin zweimal fast hingefallen und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. Ich fühle mich nicht so sicher, bin zweimal fast hingefallen und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. So Leute, ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause, wie ihr sehen könnt, ich schneide hier gerade noch das Video. Und es war auf jeden Fall richtig cool bei Laura, ich bin in den Osterferien wieder da und gehe natürlich wieder Skifahren. Und diesmal natürlich auf jeden Fall die GoPro mit, weil dann hat man mehr Aufnahmen und ich kann jetzt mittlerweile recht gut Skifahren und kann auch die höheren und schwereren Pisten fahren. Und das glaube ich, macht mehr Spaß zuzuschauen. Laura kommt bald nach Berlin, da werden natürlich auch Vlogs kommen, leider wenn ich Schule habe, aber das regeln wir schon. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!